Da kann ich jetzt das Let's Play auch abbrechen. Der Rest ist easy. Der Rest ist geschenkt. Was kommt noch so viel? Ja, was kann ich jetzt aufladen? Boot. Item 1? Item 1. Ich glaube, ich brauche gleich Item 2. Erstmal brauche ich Metall. Egal, was ich brauche. Ich könnte hier farmen. Ja, ich brauche tatsächlich Item 2. Ich nehme mal Item 1 aber kurz mit. Dann benutzen wir Item 2. Und here we go. Nein! Du! Okay. Ganz ruhig. Nein! Was ist hier los? Ich habe wenigstens kein Leben verloren jetzt. Aber... Bisschen nervig seid ihr schon gerade. So, Item 2 auf ein neues. Dann aber jetzt nicht so hoch. Weil ich dann nicht gesehen habe, dass da die Wand kommt. Was natürlich mega geil ist. Ja. Energie-Tank hin oder her, da kann ich jetzt nicht lang. Da kann ich jetzt nicht lang. Muss ich jetzt wegclashen. Ich kann nicht zufällig drüber hinweg... Ich kann doch drüber hinweg. Kann ich auch hier weit? Nein? Schade. Schade. Ja! Ein Energietank und Leben und Zeug zum Auffüllen. Und ich kriege Gegner an deren Stelle. Und dann noch mehr Leben und noch ein Energietank. Und nicht mal die Möglichkeit da hochzukommen. Unglaublich. Gut, was die Möglichkeit des Auffüllens angeht. Da bin ich hier eigentlich genau richtig. So, wir waren nochmal nach einem Schub Energie. Und hier brauche ich Item 3. Achso. Ja, ich habe gerade gehöhnt, weil ich überlegt habe, ob ich vielleicht nochmal Zeug auflade. Wo ich gerade so gut farmen konnte. Aber nee, das... Aua! Kriege ich irgendwie hin. Hach. Diese fiesen Stacheln. Ist da kein Blut dran, das ist aber auch schon alles. So, mein Lieblings-Item 1. So. Dann switchen wir gleich mal wieder um auf Metall. Ich würde jetzt jedenfalls gerne umschalten. Hier kommen jetzt irgendwo Viecher aus den Wänden. Die sich vereinen zu einem Ganzen. Und dann mach ich es kaputt. Dann mach ich es kaputt, habe ich gesagt. Aua! Aua! Ja, ist jetzt nicht so hart. Dieser Boss. Außer man steht auf einer dummen Position. Aua! Aua! Außer man steht auf einer dummen Position. Schade. Hier wechselt die Hintergrundmusik. Energie Tanks. Ich sag ja, ich könnte... Also, ich muss sie nicht zwingend benutzen. So ist es nicht. Aber ich habe lieber ein paar zu viele bei, als zu wenig. Doof ist nur, dass ich jetzt zweimal crashen muss. Ich muss auf jeden Fall im Laufe der kommenden zwei Level meinen Crash-Bestand wieder auffüllen. Ganz, ganz wichtig. Ja, das ist... Das ist doch schon mal nett. So, dann... Pumpen wir nochmal... Hier geht mein Metall aus. Na gut. Geh mal weiter gucken. Hier könnte ich jetzt mein Metall auch wieder auffüllen. Erstmal verballern wir es. Ja, ich muss hier warten, bis Item 1 verschwindet. Na ja, da komme ich jetzt so nicht dran. Gut. Ja, da fülle ich Item 3 nochmal auf. Das wäre mir normalerweise so egal. Aber irgendwie... Irgendwie ist es... Uh, uh, uh. Ist es mir dann plötzlich doch nicht egal. Ich weiß es nicht. Äh, was? Nicht springen, nicht springen, nicht springen, nicht springen, nicht springen, nicht springen. Spring. Ah, das ist ja auch ein bisschen kacke hier. Oh, gute Hüte. Ja, ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig. Ihr wisst schon, Insta-Deaths und so. So, raus hier. Na, du dämliches kackding. So, da benutzen wir mal Quickman. So, und das war schon der Boss hier. Joa, war jetzt ja nicht so schwierig. Ich, wir sind ja nicht so So,opedia-Äh. Vielen Dank.